Hallo zusammen, ich habe euch heute einen Rotwein mitgebracht, ein Mellow, vom Weingut Charles Smith von Washington State. Das ist der Velvet Devil. Er besticht durch seine Kirscharomen, Aromen von dunkler Schokolade. Sehr komplex dieser Wein, mega interessant. 2004 kam der Hollywood-Film Sideways, ganz nach oben. Und da zeitgleich eine Bewegung im ganzen Land, eine sogenannte Anti-Mellow-Bewegung. Und Charles wollte einfach dieser Bewegung entgegenwirken, kreierte diesen Wein und überzeugte seine Kritiker sofort, die den ersten Stuhl genommen haben. Probiert es aus, absolut empfehlenswert. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.